herren willkommen zu einer weiteren folge der vor ist das war der frau mich wir sollten jetzt bei der folge sieben sein mit den wir gehen jetzt mal weiter rein die ist nicht da lang hallo ja hallo hilfe ich hab Angst da ist irgendwas sie sind das da ist eine boah da ist eine leiche ist ohne wohnen bei den mann die elektroschocker betäubungsgewehr das gefällt mir ich will das Ding mal testen wir testen das mal aber wir können doch bestimmt irgendwie rein nein doch doch da war etwas was großes dann gehen wir mal wieder zurück schon mal stelle ich mal rein stelle ich da mal rein wenn sie mit dem licht diesen schlitz im ort kurzzeitig ich glaube das wird zum ende gehört dass wir da irgendwann mal durch müssen ich will rein 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 da aber müssen wir irgendwie weiter gehen es gibt so gar nicht du willst diesen schocker ausprobieren gell du bist du ja aber bei dem anderen weg waren wir noch nicht doch wir sind doch ganz von oben runter kommen der andere weg geht raus ach so du gehst vor du gehst far richtig ja okay der war mir noch nicht es war das ist ein heiter war doch im ersten irgendwo abgebrochen haben hast du mich gehört ja hier ist die taucher auch so ist ja weil wir müssen jetzt auch nicht weiß auf jeden fall dass sie hier haben ja hier ist jetzt noch töten dann doch ich habe ich habe das jetzt auf jeden fall mein bogen gekillt das war ich noch aber ich habe keinen inventar du brauchst nicht viel bei ihm ist der jetzt tot ja ist ja was kann man verdächtig ist abgetaucht dass die das nur noch ein sprühen weil man denkt das auch sagt so ich habe die augen noch bewegt noch kurz ein kopf bewegt vielleicht sondern betreibt lasst uns am besten einfach mal weg gehen ja wir haben die taucher aus dem ich freue mich die übrigen zum Beispiel das war die Koppelverpackung Kühnchen 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 sind wir schon da Zuber auf einmal zu Urheil müssen da ein bisschen mehr aufkommen wir sind in der Nähe was über sich mit darüber Folge mehr nicht gut ich bin gar nicht mehr kalben ja Maunstein ja auch mal? Ja, ich hab noch gesagt, ich möchte tauchen, gehen wohin. Okay. Wie gesagt, du reizt weg, hä? Also das Spiel ist wirklich ziemlich... Es ist auf jeden Fall mehr realistischer... Realistisch, wie... Dann... Den Vorgänger... Mann, was hab ich jetzt? Oh, dann stimm ich dazu. Also, wir müssen jetzt eigentlich ein paar... ...gebracht haben. Er lebt noch! Und er hat ein paar gebracht. So... 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 Er... Erwin! Was ist das? Ich würde auch nicht den Nächsten gerne sprechen. Ich bin ja schon am Weg. Dauert noch ein bisschen, aber es geht, ja. Ich bin am Weg. Am Weg. Der, 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 der. Okay. Okay. meine stärke ist komplett unten alter weil ich sehe dass du bei diesem muskel im symbol komplett unten ist ich und ein bisschen durch warum kann man schafft sie haben und sie eigentlich so denkt die Fischer bei Städte ist im Kopf und so ist ein besser auf die Fischheit erkennt die Gretel nichts der Beißelore in mehr er trakt er ich kann es nur nicht so ist und auszüllen der Beißelerei die Götter bisher tolles ich hätte das was wenn wir sind ähm wie heißt der was weiß die da so ähm 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 das ist ein bekannten Schauspieler also angeblich so hart also ich weiß nicht, der Typ ist ja der Typ ist ja der Typ als Jack Norristhaurer der verrisst den Fischer auch wieder dazu noch kräht und allem würde ich auch machen wer weiß wie du ne äh 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 ja ja ich komme runter wow aber das ist so creepy dass dieser Typ da liegt und man einfach nicht weg tun kann ich würde sagen eine gute Nacht wir sehen uns bei der nächsten Folge tschüss